Mein Name ist Detlef Rüsing vom Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Wie immer am Anfang des Monats sprechen wir ganz kurz darüber, was ist gelaufen im letzten Monat, was steht im Moment gerade an für uns hier und was erwartet Sie in diesem Monat, also jetzt im Februar 2020. Trotzdem direkt am Anfang erstmal eine Mitteilung. Ganz wichtig, unsere geplante Dialogkonferenz vom 26. Mai diesen Jahres wird verschoben auf den 4. November diesen Jahres. Also noch einmal, nicht mehr am 26. Mai die Dialogkonferenz, sondern erst am 4. November. Warum, sage ich gleich noch etwas dazu. Nehmen wir einen Blick zurück. Vor ein paar Tagen ist zum zweiten Mal unser Podcast, diesmal mit etwas Neuem gewandt und in neuer Art und Weise erschienen. Im Grunde ist es so etwas wie das Dialogzentrum to go, könnte man sagen. Ja, also wir nehmen es immer am letzten Donnerstag eines Monats kommt der neue Podcast und in diesen nehmen wir die Dateien, die wir im Laufe eines Monats als Videos gesendet haben, die Audiodateien und verpacken die nochmal auf den Podcast. Ich kommentiere die dort nochmal und natürlich wird es immer auch mindestens ein Thema geben, in dem ich den Wissenstransfer selbst in den Fokus nehme, so wie es auch von Anfang an geplant ist. Also für diejenigen, die keine Zeit haben, keine Lust haben, unsere Videos zu schauen, auf unserem Blog zu schauen oder was auch immer, abonnieren Sie unseren Podcast auf unserer Homepage. Dann haben Sie das Dialogzentrum mit all den Neuigkeiten, aber vor allen Dingen mit all den Inhalten, die wir präsentieren, immer dabei. Ansonsten, was war noch im letzten Monat? Ich schaue einmal. Wir haben einen auf die Schnelle gemacht zur Herausforderung im Verhalten. Es gab eine Fallvorstellung, zu der auch eifrig diskutiert wird. Wir haben viele Rückmeldungen gekriegt zu den Fallvorstellungen, dass das gewünscht ist, dass wir das weitermachen und das werden wir natürlich. Und der Kollege Müller-Hergel hat etwas zum Konzept der Rastlosigkeit, der Restlessness gemacht. Auch diese Dinge werden diskutiert. Hören Sie sich die Sachen an, schildern Sie Ihre Meinung dazu, diskutieren Sie kontrovers. All das können Sie auf unserem Blog machen. Was ist im Moment aktuell bei uns angesagt? Also ich gehe noch einmal auf unsere Tagung ein. Geplant war ja eigentlich der 26. Mai. Und die Idee war, das Team in den Mittelpunkt dieser Tagung zu stellen. Das bleibt auch. Aber es ist so, wir haben jetzt relativ lange recherchiert und wir sind einfach mit dem Konzept dieser Tagung noch nicht zufrieden gewesen. Das hat damit zu tun, dass es relativ wenig pflegewissenschaftliche Forschung zur Wirkung des Teams gibt. Und jetzt in den letzten Wochen kommen wir immer tiefer rein und haben auch Kontakt zu vielen anderen aufgenommen, quer durch Deutschland und ins Ausland. Und jetzt nimmt das ganz allmählich Gestalt an. Und da haben wir uns einfach überlegt, wollen wir Ihnen etwas Halbgares, etwas Halbfertiges präsentieren? Nein, wollen wir nicht. Und darum haben wir hier im Team noch einmal beschlossen, wir verlegen diese Tagung auf den 4. November. Und dann können wir Ihnen in jedem Falle ein prima Programm bieten, von dem Sie dann auch eine Menge mitnehmen können. So, das Zweite. Was ist im Moment noch aktuell? Ich arbeite im Moment daran, ich hatte es beim letzten Mal schon angekündigt, an der DZL Akademie. Das heißt, wir werden hier Fortbildung, Fort- und Weiterbildung anbieten. Ich denke, im März werden Sie das Programm einsehen können auf unserem Blog und auf dem Nächsten, auf ein Wort in der nächsten Nachricht, denke ich, kann ich mehr dazu sagen. Wir drehen im Moment eifrig neue Videos. Ich sitze zudem noch an dem Konzept eines Live-Videos. Wir wollen ja einen Live-Talk machen hier. Auch das wird bald kommen. Kommen wir zum Februar. Was passiert im Februar? Erstmal am kommenden Donnerstag gibt es wieder Post vom DNQP. Ich kann im Moment leider noch nicht genau sagen, was es sein wird, aber es wird bestimmt spannend werden. Dann freue ich mich wieder ganz besonders. Der Kollege Müller-Hergel und ich machen ein neues Haustheater. Und diesmal steht im Mittelpunkt des Haustheaters Sexualität. Viele von Ihnen wissen vielleicht, dass ich zum Beispiel schon seit vielen, vielen Jahren, seit weit mehr als zehn Jahren mit diesem Thema im Bereich Demenz vor allen Dingen auch. unterwegs war und etwas gemacht habe. Und Christian und ich haben beschlossen, dass sich dieses Thema im Bereich der geräumten psychiatrischen Versorgung mit vielen, vielen Facetten auf jeden Fall noch einmal lohnt. Worauf Sie sich auch freuen können, es wird diesen Monat wieder ein neuer Forschungs-Newsletter mit 15 neuen Forschungen. Einmal Neuigkeiten zum Dialogzentrum, Neuigkeiten zum DNQP, aber als Hauptbestandteil 15 neue Forschungen. Das kommt am, ich schaue nach, ich glaube am 18., wenn ich mich nicht ganz schwer täusche, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Auf jeden Fall in diesem Monat kommt es. Dann bin ich noch nicht ganz entschlossen, ob es einen neuen Lichtblick oder einen Aufsichtschnelle gibt. Ich sitze im Moment an zwei Themen. Ich habe eine spannende Studie gefunden, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Das würde ich im Rahmen eines Lichtblicks machen. Aber es gibt auch ein weiteres spannendes Thema, ein viel größeres Thema, mit dem ich mich gerade intensiv beschäftige. Einen von beiden machen wir diesen Monat. Und natürlich wie immer am letzten Donnerstag in diesem Monat wird es den neuen Podcast Wissenstransfer des Dialogzentrums geben. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Nachgeschaut, die Abozahlen steigen. Es gibt immer mehr Leute, die das in Anspruch nehmen. Also sozusagen das DZLA to go. In diesem Sinne, wir verabschieden uns von Ihnen. Bleiben Sie uns gewogen. Diskutieren Sie. Gehen Sie auf unseren Blog. Hören Sie sich unseren Podcast an. Streiten Sie mit uns. Schreiben Sie uns. Sie dürfen uns aber auch loben. Auch da haben wir nichts gegen. Ansonsten gibt es noch eine Menge zu tun. Wir machen jetzt weiter. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine gute Zeit. Bis bald. Auf einem Wort.